Palle, wie wichtig war es jetzt mal, dass das erste Saisonspiel jetzt auch mal hinter einem ist nach der Vorbereitung und so? Das war sehr wichtig, dass wir so ein Spiel abgeliefert haben. Also eigentlich groß genommen über 60 Minuten spielen wir gut. Aus der letzten Viertelstunde, wo wir einfach viel zu viel Fehler und zu schlechte Einstellung haben, haben wir das Spiel top geführt und auch dahin hingekriegt, wo wir das haben wollen. In der letzten Viertelstunde, wie kann man das erklären, dass dann da auf einmal so ein bisschen der Zug in der Mannschaft fehlt? Ja, eigentlich kann ich das nicht so klären. Also es kamen ein paar neue Spiele natürlich rein, ein paar neue Spiele auch. Natürlich ist man dann vielleicht ein bisschen nervös und so erstes Spiel hier zu Hause. Es war gute Stimmung, man will zeigen und ja, wir sind mit dieser Aufstellung bis jetzt nicht so perfekt eingespielt. Ja und damit muss man leben. Die müssen aber weitere Chancen nutzen und das gut machen und in der Zukunft wird das dann auch sehr gut klappen. Aber können wir mal festhalten, dass Janik Kohlbacher nicht nervös war bei seinem ersten Heimauftritt? Ja, er hat das natürlich überragend gemacht, auf dem Kreis da. Also ich bin auch überrascht, wie gut er deckt bis jetzt. Es war ja auch mein erstes Spiel 60 Minuten hinterher Abwehr. Wir haben sonst die ganze Vorbereitung halb seit Hals gespielt und ja, war schön, diese kompakte Abwehr vor sich wieder zu haben. Wenn du ein Rundum-Fazit ziehst, wie war für dich das Zusammenspiel der Mannschaft und auch die Defensive? Es war gut. Also ich glaube, wir sind genau da, wo wir sein sollen. Außer, dass wir, wir müssen einfach schnell abhaken. Die letzten 15 Minuten, so darf das nicht aussehen. Wir sollen dieses Spiel mit ein paar Toren noch gewinnen. So viel besser waren wir als Lemko heute, meiner Meinung. Ich weiß aber nicht, wie viel mit zehn Toren in der Halbzeit. Und da, dann ist es ein kleiner Achterbahn zweiter Halbzeit, wie gesagt. Wir sind aber trotzdem zufrieden. Und natürlich mit Metz da zu Ende ist das ja ein riesenglücklicher Abend heute. Genau, Metz hat seiner Freundin einen Heiratsantrag hier in der Halle gemacht. Habt ihr das vorher gewusst? Wart ihr eingebunden, Komplizen, oder wart ihr genauso so überrascht wie wir? Ja, er hat uns gebeten, jetzt zum Schluss, dass wir warten und immer ein bisschen auf der Schulter kloppt natürlich. Er war ja nervös ohne Ende. Werde das nicht sein. Aber vorher wussten wir gar nichts. Es war eine kleine, schöne oder große, schöne Überraschung. Ja, wir haben uns auch sehr darüber gefreut. Dankeschön, Palle.